Advent, Advent, Tag Nummer 7. Ich grüße euch herzlich, meine Lieben, und hoffe, von zu viel Leckereien musste keiner von euch speien. Falls doch, bleibt mir jetzt nur zu sagen, gute Besserung für den Magen und für euer Wohlbefinden. Dass die Krämpfe schnell verschwinden, uns Gespeih vom Überfressen in paar Stunden fast vergessen und wie oft bei solchen Sachen, dass ihr dann könnt drüber lachen.